Transformiere das Animalische in dir. Eine der Symboliken von Shiva. Shiva wird dargestellt mit Schlange um den Hals, manchmal auch Schlangen um die Arme, manchmal sitzt er auf einem Tiger, manchmal ist neben ihm Nandi, der Stier. All das sind Symbole für Kräfte. Der Stier ist das Wilde und die Genusssucht und derjenige, der das Angenehme sucht. Der Tiger symbolisiert das Wilde und das Ungezähmte, die Kraft und die Macht. Die Schlange symbolisiert auch verschiedene Kräfte und Energien wie die Kundalini, die Emotionen, verschiedene Triebe. All das ist in dir drin. All das kann ins Negative gehen, eine Schlange kann vergiften, ein Tiger kann töten, ein Stier kann gereizt werden und so weiter. Du kannst aber all das transformieren. Den Mut des Tigers kannst du nutzen für das Gute. Letztlich auch das Gemütliche des Stieres kannst du für Beständigkeit verwenden und die Schlange auch für Geschick und für nach oben streben. Überlege, welche animalische Triebe hast du und wie kannst du sie auf gute Weise transformieren.